Alle drücken das Knöpfchen und keiner drückt daneben, bitte. Hallo und herzlich willkommen zu Halloween Special bei TTT vom GCNP-Netzwerk mit, mich lasse ich erstmal weg, dem Leatherface, dem Hannibal Lecter, dem Slenderman, dem Freddy Krueger, Michael Myers, Happy Halloween, Jack the Ripper, Dr. Caligari, und Nightmare Moon, jetzt auf ewig nachts sein, und ich lauf rum als Jason Maurice. Jo, Fred, was geht ab? Hallo Jack! Bitte zum Stuhlen komm, hier bist du in unserer Sucko. Helle. Oh, warte. Aber nein, wir können nicht nachtmachen, wir können nachtmachen, wir können nachtmachen, wir können nachtmachen, wir können nachtmachen, das ist voll toll. Und London, die immer nur nachtgewiesen wäre, als gemordet hat, war das viel schöner gewesen. Wir haben ein paar Sachen da so, wer will denn mal, wer hat noch nicht. Mit auch dem Stuhl setzen, Jack. Die Special Ringeln für Halloween. Wir müssen auf jeden Fall vorm Tod Kürbis sagen, oder versuchen, Kürbis zu sagen. Kürbis-Kern-Suppe zählt auch. Könnten wir aber kurz ein bisschen Ruhe haben, danke. Sodass wir mal ganz kurz die Regeln erläutern können. Okay, da mache ich es halt. Wer stirbt oder wer kurz vorm Sterben ist, der muss Kürbis sagen, wenn er es nicht genau sagt. Also wenn er es durchs Kürb oder sowas, dann zählt er es nicht. Wenn er es komplett sagt, dann gibt es noch einen extra D-Tipp. Korrekt. Und auch die Toten dürfen, wenn sie halt tot sind, das klingt irgendwie falsch, egal, beenden wir den Satz anders, also auf jeden Fall die Toten dürfen den Lebenden quasi so ins Gewissen reden, aber dürfen den Namen desjenigen nicht sagen. Also wenn die es spectaten, dann können die so ganz heimlich so nach links oder nach rechts sagen. Oder nach oben. Wenn ich nach oben gehen würde. Ja, das geht hier also leider nicht. So werden das Reidermann-Gun-Hot. So gut, und jetzt alle Regeln sind erklärt, Feuer frei, wer ist denn? Eine Sache verweilt, ja. Was fehlt denn? Aha, der fängt schon gut an. Auf mich wurde geschossen und hinten ist der Friendship-Beam. Aber ich glaube, es ist keiner geschossen. Nein. Wie auf dich wurde geschossen? Nämlich, der Detective stellt Fragen, wenn eine Leiche aufhört. Ach ja, stimmt. Wie ist es sich für einen schlechten Horrorfilm gehört? Was sind bei mir? Ist die Leiche schon kalt? Äh, hallo? Welche Leiche ist kalt? Ja, die Leiche, die da war. Oder ich stelle die Frage... Warum musst du es wissen? Weiß nicht. Ich bin Dete. Okay, Dete darf das. Das hört sich eher nach einem kranken Fetisch an, wenn man so sagt. Ich bin gerade von einem Traitor bei einer Tür eingesperrt worden. Äh, in welchem Raum bist du denn? Ähm, das war dieser Dunkle. Es gibt zwei Dunkle. Sind da irgendwelche besonderen Objekte drin? Der, wo der Sessel mit dem Fernseher steht. Ah, okay, gut. Es gibt zwei davon. Ich dachte, echt? Ja. Ich guck Fernsehen. Tessen kommt gerade aus der anderen raus. Ja, genau, den weiß ich vor allem. Hallo, Tessen. Piu. Hallo, Tessen. So, wieder das Lesser Face ist unglaublich. Ach, der, ach, der berühmte Spiegel. Ich finde keinen Mann hier, was ist denn los hier? Du findest keinen Mann? Der hat keine Menschen. Ja. Ich kann Gott sagen, du hast keinen Mann, das ist das. Du hast auch einen männlichen Nachbar. Hallo, Hannibal. Nein, der ist direkt bei mir. Ja, ich laufe die ganze Zeit durch die Gegend. Der Trader muss jetzt mal was unternehmen, weil wir haben jetzt nur noch 30 Sekunden. Hallo, Freddy. Oh Gott, was ist denn jetzt wieder passiert? Ah, Freddy. Es wird geschossen. Ihr seht Bilder. Hier ist eine Leiche. Äh, Jason. Es wurde jemand mit der Schrot erschossen. Das habe ich gesehen. Oh, noch jemand mit der Schrot. Nein, man. Aber wer ist das? Das ist die Frage. So, die Leiche. Wo liegt sie denn? Weil wenn sie bei McDonalds gestorben ist, dann hat sie sie bestimmt kein Happy Meal. Schlechter Witz. Leicht. Hallo, Freddy. Oha. Diese Bilder, die man immer sieht, ne? Das ist jetzt eine wahre Situation. Jetzt habe ich Angst. Aber es lebt doch ein Inno. Das ist schon mal gut. Leicht, leicht, leicht. Leicht, leicht. Was ist denn? Es gibt einen Raum mit Toten. Leicht, 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 leicht. Hecht, leicht, 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 leicht. Da ist jemand auf der. Hättet ihr wollt, ja? Hecht, hecht, hecht. Hecht, hecht, leicht, leicht. Hecht, hecht, leicht. Hecht, hecht. Hecht, hecht. Das ist ein Kollege von dir. Hecht, hecht. Da hat er einen Kollegen mitgenommen. Aber gut gesagt, so, ja, die Trader sollte mal was tun. Hat nur noch 30 Sekunden. Ich gucke Mutter so, oh, scheiße, stimmt. Das war ein guter Tipp, oder? Das war, direkt mal ausrasten, einfach mal drei Leute wegnatzen. Ja, unter anderem mich. Also du, mich, Jason. Der ist sinnvoll Jason, also, ne? Hm. D-Technik. Der ist sinnvoll Jason bist du, auf jeden Fall. Es hat gerade irgendjemand ausgerastet, habe ich was gefühlt. Und jetzt habe ich was schießen. Ah, Schüsse ist doch nicht ausgerasten, würde ich sagen. Bin eingesperrt worden. Gott sei Dank. In welchem Raum? Ja, in einem Raum mit vier Türen, die nicht mehr aufziehen. Mit vier Türen? Ja, das hat kaum einen Raum. Hallo, Freddy. Ich glaube, ich kann nicht wieder raus. Wir müssen, äh, Jack nicht mehr helfen. Ja, der ist ja eingeschmiert. Ja, der ist ja wieder draußen, Jack. Oh Gott, ey, mein Schammer. Ich hab' ein, 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 mein Schammer. Warum sind die Beifelte? Was für Geräusche kommt passieren hier? Ich bin immer auf dem berühmten Stuhl von Bioshockentfinder. Hallo, Jason. Geht's noch weiter, ne? Ich hab' einen Schammer. Ich hab' einen Schammer. Hallo, Freddy. Ah, was du für ein Schammer ist? Er ist ja auch ein Schammer. Er hat gerade schon geschossen. Warum hast du den Schammer? Oh Gott, Jack. Er hat blut und ruhig. Freddy, warum bist du wounded? Ich hab' gerade angeschossen. Von? Der ist'n Schammer. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist verreckt gerade. Aber ich weiß nicht. Jack hat die Leiche auch vergessen. Äh, das sind zwei Barrettas in der Luft. Ja, das ist nicht so außergewöhnlich. Das ist normal in dem Raum. So, wo liegt die Leiche? Ja, ich glaube, das ist allgemein. Ja, aber ich hab's nicht gemacht. Äh, welche Leiche? Die von Freddy, den hab' ich gefunden, ja. Die von Freddy, ja. Hängst dich bitte auf hier, ja. Bitte hier aufhören. Ich beschütz. Ich beschütz den Lethe. Hast du, Michael? Hallo, Leatherface. Hast'n den Asker, ne? Äh, hi. Ich... Ach ja, da ist er einfach so. Äh, hier ist Slenderman. Ja? Was ist mit mir? Jason! Ja, Jason! Wo? Oh, da vorne. Was zur... Hier ist über ne Gericht nach. Ich, äh, confirm mal. Face. Das war Hannibal. Gut. Check. Fairface. Das wird aber freuen, der mit diesem... Oh Gott. ...geworfen hat. Slender? Da hinten... Da hinten... wird... Die sind nicht aushause. Wirkt. Die sind nicht aushause. Nein, warum erschicken Sie in diesen Menschen? Hallo, Leatherface. Ich bin wie müßlich geschossen hier. Doktor? Todes-Zone. Liebe. Oh, ich lade mal nach. Der Tod ist untohe. Sehr schön, O Dec. Das hat ja schon gedauert. Das kriegst du zurecht. Also ich frage mich ja, warum Jason sich verregt ist und nach ca. 18 Hatches wird der G3 ins Gesicht. Aber das ist gut. Ich bin die ganze Zeit rumgelaufen. Ja, aber ich hab die ganze Zeit ins Gesicht geschossen und überall spritzt. Nein, der spritzt nicht, nein. Bitte was, wer spritzt? Ja, ja, hallo, ich bin Jason, also. Weißt du, das hilft dir auch nicht. Ich bin auch Jack the Killer und kann nicht jeden abstechen, nur weil ich Bock brauche. Jackson, was? Sag mal, hast du gerade irgendwie dein Kissen in den Mund genommen? Nein. Das hört sich ein bisschen so an. Das ist frustrierte Schnucke. Ja, ja. Nein, ihr wisst nicht was. Schau dir das wieder an, dann wisst ihr es. Hallo Doktor. Der Bergdoktor, oder was? Ja, ne, ist klar. Hab das gehört? Wer eskaliert hier denn? Aber Kürbis rufen kann um die Kader, ne? Warte mal, bleib mal kurz. Also, ich mach mal den Kaubern. Ist das, ist das ne, äh, Farmers? Nein. Okay, das sah kurz aus wie die Farmers. Oh, okay. Hi. Oh, okay. Alles klar. Du winkst, oh mein Gott. Oh, ja. Winky, winky, winky. Winky, winky. Ich will auch winken. Womit. Du, du, du. Und ich warst, ich hör grad Slender. Awww. Äh, warte, warte, ich hab dieses Geräusch sogar. Bei irgendwie unten. Einen Moment. Oh Gott. Was passiert hier? Willst du mal machen? Ah, Hilfe! Ah! Oh Gott, diese Geräusche. Ja, das ist, äh. Der Doktor schießt auf mich. Ich seh's. Nein, ich habe nur ihre Platz zu behandeln. Das kriegen sie bald wieder hart. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Oh, was ist denn hier? Hier hat jemand geraucht. Da! Nimm die! Es ist ne Leiche. Oh Gott, nehm die. Nimm die Waffe. 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 Irgendwann hat dir das Licht ausgemacht. Oder die Formwerke habe ich nicht bezahlt. Nimm die. Nimm die. Ich hab eine Leiche entdeckt. Ne, ich bin nicht eingesperrt. Sorry. Warum willst du die nicht nehmen? Was soll ich mit der Waffe? ein das war die Gäste ein Mensch in der Hand die Gäste ich bin ehrlich gesagt geschießen und so von der doch mit der Gäste schon die die Gäste sind doch mit der Gäste auf andere schießt und er an den Null ist der Mann mit der Gäste auf den Schlüsseln der Szenen und der Dieter das Befehlen schlägt das heißt wenn du dich gegen die die Ersätze hast du eher den 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 Nachteil Ich bin zu fett für die Tür. Ja, komm, ich hab' nicht geschossen. Könnt du mal herkommen, jetzt hier liegt ne Leiche, keiner interessiert. Ah, ja. Mein Hallo. Tattoo. Ach ja. Wollwitz hier, da. Hab' ich gefunden. Nein, nein. Ich hab' den Keks, ah, bitte. Oh Gott, ich würd' den in deinem Spiegel unbedingt töten. Doktor. Ich kann mich auch töten. Was? Das funktioniert nicht. Schlender, mein Maum, was geht hier so? Schlender! Schlendern! Ah, nimm die Gauten! Nicht Kermis! Wer ist auf dem Kermis? Der Kermis-Spiegel! Ach, dieser Kermis-Spiegel. Oh Gott, tötet den im Spiegel! Oh Gott, wer ist es denn? Irgendwann schießt! Irgendwann tut was! Ich, ich, ich verlass den Raum. Ist, glaub' ich, sehr sinnvoller. Ey, ich will auch mit raus. Das ist mir zu gefährlich hier. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist hier los? Ich will hier raus! Was ist hier los? Ich hab Platzangst! Was ist hier los, Paul? Was ist hier los? Jetzt bin ich zu blöd, aus dieser Tür raus zu gehen! Was ist das denn? Was ist das denn? Ich geh' einfach! Ich verlasse das Gelände! Ich hab' keine Ahnung, was da passiert ist! Ich hab' keine Ahnung, was da passiert ist! Hi Michael! Schade! Ach du Scheiße! Diese Tapeten sind so pottenhässlich! Welche Tapeten denn? Ja, es gibt hier so einen Raum mit so gelben Dinger-Pott-Tapeten und die sind total hässlich! Ach Leute! Ich rede nur über Tapeten und dann wollte ich mich schon erschießen! Das ist Geschmack! Warte mal kurz! Da liegt ne Leiche! Ja, ja! Ich weiß! Der hast du umgebracht, oder? Ja, das war ein Tee! Der hat auf mich geschossen! Ich hab' die andere Tür! Also würde ich fast beumpfen! Ah! Ich hab' die andere Tür! Warte mal! Es sind ziemlich viele Tots! Ja, natürlich! Sie haben nachbekommen, dass der vorne ist! Wer hat das vorhin gesagt, dass das so gar nicht zu Halloween passt? Friendship Beam! Die Meilele Ponies? Hallo, das ist zwar auch genug, wenn du das hörst! Ja, gut! Außerdem passt das perfekt zu Co! Erstens, lasst und zweitens! Dann gibt es das passende Klasse! Ja, 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 ja! Lass mich aus! Lass mich aus! Lass mich aus! Die Pässe müssen wir tatsächlich! Ah, ist klar! Die Leute eskalieren schon! Das ist schon mal... Okay, dann zünde ich die Enttalle an, okay? Wow, wow, wow! Hi, Slander! Ist da jemand bei gestorben? Nein! Der Doktor und der Doktor hatten mit... Mit der Crowbahn! Das war doch ganz geil! Ich hab Panda in der Vorhinein nochmal ein Bimmerang von unten auf die Klöten geknallt! Das war... Ja! Ich steh da... Ich steh hier! Der lässt die nicht raus! Zünde die mit der Crowbahn! Wird das hier ein Entenmarsch? Oder was? Der legt ne Leiche! Wo liegt ne Leiche? Der legt ne Ecke legt ne Leiche! Ich würde mal sagen... Jetzt kommt der nicht raus! 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 Jetzt wird's wirklich extrem merkwürdig! Was? Was? Oder? Das war der Detektiv, der da gestorben ist, okay? Ach Leute! Echt? 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 Du hast grad nicht kapiert! Ich hab grad nichts gehört! Also... Ähm... Äh... Jack! Was? Du warst grad an der Leiche! Ja, ich hab grad den Detektiv, den... Dings genau! Oh nein! Ist immer gestorben! Nur nicht bewegen! Ach, da hinten ist er! Das ist richtig schlimm, ne? Dieses Ding! Hallo Hannibal! Hallo Jason! Das war eine Weisige! Ich werde Terrorisieren! Das ist die richtige Tür! Mann, man weiß halt einfach nie, mit wem man redet, ne? Jason! Das ist die falsche Tür! Das ist die richtige Tür! Jason! Ich dachte die ganze Zeit nix! Jason, warum bist du ruhig? Hä? Ich mach die Tür zu! Was? Irgendwer schießt da! Das ist immer sehr beruhigend! J Este... Jack! J statt dedren solltern davon... Jason darf doch nicht reden! Mwann, mein Gott! J 80! J... So Rolle und so! Jaysen oder Jack! Das war J! Für mich, du Nase, wer auch so. Ach man, Fluré. Ach, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Da knallt's. Das können sie nicht wiederbelebt. Okay. Oh, mein Schnitzkinder. Was ist jetzt hier überhaupt passiert? Ich muss mich mal hier... Ja. Lädbares. So, Michael Myers ist confirmed inno. Genauso wie ich. Ja, find ich gut. Oh, da ist jemand gestorben. Es bleibt nicht mehr so viele, oder? Nicht. Das war der einzige Tier. Oh. Er hat jetzt auch nicht geschossen. Keine Ahnung. Wiss ich auch gerne. Gut. Ja. Weggepwemst hier. Jawoll. Ich hätte wirklich halt die Bettina geworben müssen halt mal. Ja, ich würde noch meinen Stuhl gespawnt. Also, zur Versorgung wird da gekommen. So. Ich hab mir jetzt hier mein Glas Wodka. Hast du die Dschihad ges... Äh Quatsch. Hase. Äh. Leatherface, war das die Dschihad? Oder? Man, das war nur Team Mad-Kirte. Hä? Die Kamera war ziemlich gespät. Oh, guten Tag. Freddy Krüger, bitte. Ich hab... Aber warum hat der DT den Verdacht gehabt, dich zu töten? Weiß ich nicht. Wendel kill. Keine Ahnung. Wer war denn DT? Äh... Ich war DT. Ja, war... War mein Fehler. Ich wollte eigentlich zielen, aber ich hätte eine Double Barrel, also hab ich einfach geschossen. Hör auf. Mhm. Das Witzige ist, am Ende der Runde hat die sieben, acht Punkte. Also, das ist ja die zweite schon, ne? Warte, warte, warte. Für dich gibt's tatsächlich auch die... Nein, ich darf nicht verfolgt werden. Ah, ja, ja, ja. Das ist so ein bisschen zu... Nach, nach GTA kommt da auch sowas wieder. Darf nicht verfolgt werden. Boah. Sein Friedrich, oder? Na ja, halbwegs. Wodka-Schutz, ne? So friedlich wie nötig. Aber doch, 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 wo ist der DT? Nee, ping, ping. Piu, piu, piu. Obwohl, mh, Hannibal. Hallo. Ich bin DT. Hey, was ist denn hier los? Was ist denn hier? Freddys Kopf guckt durch die Tür. Das ist so ein bisschen wie bei der Geburt, wenn der Kopf rausguckt. Warte, warte, warte. Ach so, wer tut ihr hier drin? Leitet die Geburt ein. Wobei, wir sollten dann, wenn schon zum passenden Stuhl. Hier ist auch dieser Gynäkologen Stuhl. Das ist kein Gynäkologen, das ist ein Zahnarzt. Ach hallo, Hannibal. ja wir haben dann lange zu sehen sind keine beinhaltung was hast du gerade gesagt Prozent Jack was hab ich gesagt ich hab gar nicht gesagt da war es da war es der gute Doktor irgendwas irgendwas äh leitet die leitet die Wien ein ich hab die Geburt gerade verstehe ich hab auch gesagt leitet die Waffe jetzt kommen die Prostaglandine alle Gäste das ist ein Laufen okay wenn er mal weg geht heute kommt ein Spiel wird erschreckt das glaube ich dir auch nicht ich habe hier einen eindeutigen Beweis neu im Angebot die Scheiße Wollte auf dem Kopf sitzen. Oh ja, das ist wirklich ein Zahnarztstuhl. Ja, hallo Kalli. Aber ich frage mich gerade. Oh, da schien ein Molotow zu sein. Da brennt es. Ah, ich sehe das Feuer. Hinter mir. Werf die Rauchgranaten. Das funktioniert nur bei CS. Bei CSGO. Wohlgemerkt. Aber nicht in TTT. Ich habe Schüsse gehört. Oh, Hannibal. Wir sind safe, weil wir angezündet worden sind. Vielleicht war es ja auch Kollateralschaden. Wer lebt denn überhaupt noch? Ich bin tot. Ja. Ja, infizieren. Was ist das denn hier? Das ist eine Waffe. Das ist eine Waffe. Es sah so aus wie ein Kackstrich auf dem Boden. Ich zeig dir was. Das ist mein Stuhl. Das ist eine Waffe. Ich bin angezündet worden. Ich bin angezündet worden. Aber ich dachte, das wäre meine Periode. Das war eine Hardware-Periode. Da ist aber alles rausgekommen. Und der Killer... Oh, jetzt wird's nie gehört. Ja. Äh, warte mal. Ich bin verletzt, weil ich angezündet wurde. Äh, geh bitte raus. Geh bitte raus, Jason. Aber ich... Und die Tür zu. Hab dir zugehört. Okay. Good. Okay, Killers. Habe ich. Was? Der ist irgendwo dahinten. wo drin. Irgendwohin irgendwo hin. Du wo hinten. Dort hinten möchte ich die Tür nicht gehen. Und die Tür nicht zu sehen. Aber nur das nie. Geh dazu. Wann? Was sagst du die ganze Zeit? Du bist immer nicht. Okay. Okay. das kam gerade sehr trocken pass auf da kommt einer gleich wieder vorne durch die Tür Hallo Meis Sieh weiterlaufen Biene Meyer! Ich bin wie eine Meyer, ich bin total gruselig oh da ist ja noch Hannibal Hannibal es gibt aber die tote menschen ich hatte den arz das schöne war zürich treibt doch im teamchat wenn ihr so einen Märtyrer habt im teamchat wenn ihr einen Märtyrer verwendet oder sowas also ich habe geschrieben ich hatte keinen das liebe M ich sehe ein überleckter ach das M steht für Märtyrer ich dachte du soll ich einfach noch vertippen nein 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 das M ist Märtyrer schön dass dir das auch mal jemand sagt das müsstest du aber mittlerweile wissen ja ne das ist immer so damit ihr jetzt wisst dass ich Märtyrer hab ne Slenderman ist ein Traitor aber du hast die Begründung gehört äh äh Michael oder? ja ok alles klar damit du nicht im klaren bist naja mir war klar warum ich umgebracht wurde ok ähm ja Freddy ist auch Traitor das ist gut ja Freddy äh ist Leatherface Leatherface hat glaube ich auch ähm würde ich sagen ein Gag ist auch ja das ist eigentlich mein Gag eigentlich dass ich in den öffentlichen Chat schreibe komm lass mich durch lass mich durch es sind ein bisschen zu viele hier drin alle die jetzt danach geschrieben haben wollen nur den ersten decken ja genau wir haben sieben Traitor ja wir sind sechs Traitor oder so in Wahrheit die ersten drei sind Traitor die danach geschrieben haben also die ersten drei generell also Slenderman, Freddy und ich ok ok gut also er hat's gesagt auf die werden die abgemacht warte ok alles tut piu piu denn nochmal alles geschrieben oh oh kein piu piu Freddy, Jack, Honeyball piu piu Freddy, Jack und Honeyball ne ne der ist Slenderman ich war auch für Freddy und Jack und Honeyball aber wir töten einfach alle ich hab prinzipiell alle ich hab C4 ich hab C4 man hört C4 ok also äh bist du durch? ich mach Crowbinder kannst du durch? Radio, Radio, Radio hu Radio in diesem Raum ja in welchem Raum? in welchem Raum, Panda? ist zerstört, ist zerstört ok gut oh danke gut gemacht bei mir leckt gerade der TS ähm hey Nightmare hast du gerade ernst gemacht? was? er hat ein Diskurs ich seh seinen Namen nicht du mich seh seinen Namen auch nicht das ist raffiniert es war ja das war Tavi ok oh mein Gott gut du leckst ständig zu wissen hi Freddy tschüss 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 dieser Kackspiel, ne? komm mal jetzt, komm lauf weiter komm lauf weiter komm lauf weiter meinst du mich? oh nein, die stimmt schon wieder du kannst übrigens gucken ich hab ihn gecallt und äh ah nur weiter alle raus hier und Nightmare hat ihn in welchem Raum bist du denn? in welchem Raum bist du? damit ich's weiss hier er bei drei nicht draußen ist er wird erschossen also das macht du eigentlich raus ich wusste nicht dass er in dem Raum ist raus eins zwei fünf drei ich nicht reingehen ne, um welchen Raum dieser 25 handelt es sich denn? das hab ich schon verstanden ich hab bei drei gesagt raus also verpisst euch also eskaliert oh ich sterbe ich sag nochmal bei drei raus ich bin draußen ich glaub dann ist er gestorben haua honeyball ja ich bin dumm ich bin durch meine eigene Biertel gelaufen ernsthaft ja es gibt über 25 Türen ich wollte den einen den ich erschossen hab der Innova wollte ich wiederbeleben für das müsst ihr einfach raus und das hab ich einfach verpisst euch ähm der hättest doch machen können wir waren noch draußen ja aber die Tür wieder aufmachen ich schieße drauf der hättest du mal nicht schießen müssen doch doch vor allem dass du mich erschossen hast wie ich gerade am rausgehen war äh ne der Killkamp von mir kommt sorry Huchala oh Gott nicht schon wieder Traitor ach okay das ist scheiße das ist total erschrecklich und Freddy ist Dete Freddy ich hab grad gewundert warum ist das denn grün äh blau also ja hab ich grün blau rgb rgb was ist Freddy oh spiegel ich glaube wann war ihr coming glaub ich was ist Freddy na was ist das denn ähm serverleck bei mir so echt ja ich bin grad irgendwo hingeportet keine ahnung oder es gibt auch diese teleport gun dann Freddy ist Dete wie wie unzähl ah ich lege ständig ich lege 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 das steht bei mir an wen leckst du denn äh ich bin bloß eine 2 die in Karneim halb offen ist und jetzt 2 oh mein Gott und ich hab ein 1er fang ja schießt auf das also ich find's so gemein bei mir jetzt echt zu nein hallo Michael ist das nicht dass er jenige der es fast trägt dass dem nichts passiert äh 20% twitch fang 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 ah hier r t da so viele gerät j j j jede j gerade hier. Jason, du musst zurückkommen. Hier ist deine Zahl. Und hier ist eine Leiche. Aber die ist ja unwichtig. Die Zahl ist wichtig. Ich höre ein Star Wars Schwert. Was ist denn der Wege hier? Freddy hat ein Megadildo in der Hand. Jason ist es. Oh Gott. Jason, der hat gerade eigentlich gekillt. Aua, Aua, Aua. Lass er auf, Lass er auf. Bei Hannibal bin ich mir nicht... Ich habe gerade einen Kegel gekillt. Da ist noch einer in dem Raum. Wir leben noch. Nightman Moon, wenn noch jemand lebt. Du bist... Mit Messsender an der Freude zu laufen. Von dir hat ich ja wirklich mehr erwartet. Was ist das denn? Wenn man X macht, passiert nichts vielleicht. Keine Ahnung. Probieren wir mal aus. Dann wählt er glaube ich zufällig was aus. Ich glaube auch, dass er zufällig wählt. Ich habe jetzt X gemacht. Ich habe jetzt auch nichts gemacht. Ich kann ja kurz einen Cut setzen. Und dann neue... Ich kann keinen Cut setzen. Aber ich lebe das dann alles auf. Ich habe danach noch 15 Minuten. Also von daher, das passt schon. Oh, ey. Ey, das ist... Hey, Cybertron. Cybertron, was? Das ist eine schöne Map. Ich frag den Namen. Das ist schön. Nehmen wir dann einfach mit in Map Change. Passt schon. Ha. Komm. Wir können ja dann sonst auch noch wechseln zu den anderen Auswahlkarten. Zur Not. Ja, für die letzten 15 Minuten geht das schon. Wir sind ganz intakt. Du leidest wieder. Ich muss da nicht niesen. Jetzt auch nicht. Ich habe das nicht. Ich habe das sogar so... Ja, warte. Wo ist es denn? Wo ist die Leidenschaft? Ihrbringt gesetzeige Teil. Hat die Leidenschaft schon was gegessen? Ich hab's nicht gemacht. Was ist das? Ich hab's nicht gemacht. Ich hab's nicht gemacht. So komisch. So. Jason trägt ihn mal so wie sie kommen. Okay, wenn wir jetzt, ist hier vielleicht eine dieser Horror-Maps drin? Ja, Ski-Resort würde tatsächlich gehen, das wäre... Lass uns einer auf Ski-Resort. Aber die Runde gerade war gut, so ich am Anfang Freddy-Kürbel. Freddy, nimm dir den Crash-Headler-Beam! Ich simuliere vor allen Dingen nur so Niesen, ne? Also ich hätte es gar nicht mehr sagen müssen, aber dann... Das war das Schnupfen des Todes. Oh, der Bildschirm erleuchtet gerade meine ganze Facecam. Oh Gott, er spielt mit Facecam. Ja, aber schön, so richtig mythisch in Schwarz-Weiß gehalten. Ah, meine Fresse! Das ist doch schon Horror genug. Es ist ein Kärbel-Lauf! Ey, keine Leereinnahmen, das haben wir mal ausgesagt. Vor allem nach dem Subnail von dem letzten Video da, ne? Ja. Ja, genau. I believe I can fly. Ja, diese Szene. Schau mir mal aus dem Kopf. Da musst du dir den Best-off-packen. Da musst du dir den Best-off-packen. Das musst du dir den Best-off-packen. Mhm. Best-off-Funva, 100 Jahre. Ja, genau. Wenn du mit der Funva-Sieger noch auf YouTube machen. Ja, ja, natürlich. Aber wenn ich... Auf jeden Fall. Egal wie alt ich bin... Aber er hat Folgen bis zum nächsten Jahrtausend. Also... Ne? Die Demen... Oh ja, die... Funva muss ich so nennen. Die Dimension des Wanders. Die Dimension des Wanders. Gibt es hier nicht diesen einen Raum mit einer Leiche drin? Das ist aber eine andere Map als sonst. Ich bin verwirrt. Ich sitze jetzt im Kinderpol. Es gibt irgend so einen kleinen roten Raum, wo Leichen drin sind. Die Map ist anders, Wandva. Sei vorsichtig. Hm. Die ist nämlich wirklich verändert. Das ist natürlich sonderbar. Bei ersten Mal. Das heißt, wenn du mal ein kleines Todes war das, dass wir ja stehen. Bleib stehen! Doktor! Ganz witzig, dass die Frauentoilette... Äh... Ein Radiation Warning hat. Moment. Ja, da kann ich ihn nachvollziehen. Habt ihr was? Okay, ähm... Verhalten, Schäden, Gleichen. Das tut ihnen eine besondere Behandlung. Bleiben sie stehen. Ja, die ersten... Jetzt mächtest ich an ihre Teller. Die besondere Behandlung kann erst in fünf Sekunden aussehen. Bin geradezu noch reingekommen. Was ist das denn hier? Ich hab ständig Errors und fehlend. Das ist die Feuerbehandlung. Das ist natürlich jetzt scheiße. Hm. Hey, ich bin dein Hilfsding. Oh, Leute, hier bin ich rein. Ja, dieser Hannibal bleibt das schon wieder. Das war die Feuerbahn. Sind das zu viele Errors? Jetzt sind sie geil. Ja, da sind sehr viele Errors und auch sehr viele fehlende Texturen. Ich kann sie dann durchsehen. Ich bin dein Hilfsding. Ich bin dein Hilfsding. Ja, wir machen einen Force-Change. Machen wir doch einen Force-Change lieber. Ja, würde ich auch sagen. Ja, stimmt. Vielleicht kriegen wir dann ja sogar zufälligerweise eine... Karte. Kann man denn noch Cornflakes für die Life-Shop? Boah, jetzt ein paar Cornflakes, ne? Wir sollten mal gucken. Wir sollten alles Lampen da stellen. Aber das stehen... Ich warte, die waren hier lang. Errors bei mir hier. Hier, hier, hier. Und da und hier und hier. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Upsala. Ich bin mir erleuchtet. Changing Level. Ich bin dann überlegen, ob ich das jetzt rausschneiden soll oder drinlassen. Ach komm, das kann man ja drinlassen, das ist ja nichts Schlimmes. Und an einer Stelle der Map konnte ich auch komplett den Hintergrund durchsehen. Das war alles, ne? Ich hoffe, dass ich dann nochmal Hill Sheriff sein darf. Ist ja negativ. Asylum, Missing Map, warum habe ich denn eine Missing Map bei Asylum? Sie hat sich jetzt runterladen müssen wahrscheinlich vorhin. Die habe ich eigentlich... Ach, ich habe sie nicht aktiviert, höchstwahrscheinlich. Hm. Bei mir lädt er sich jetzt gerade runter. Hm, zum Werkzeug komplett. Und wir überziehen dann ein bisschen, ne? Ja, ja. Ich habe den ganzen Abend Zeit. Ich auch. Wir machen eine 10 Stunden Folge. Ich wollte gerade darauf ansprechen, äh, wann hören wir überhaupt auf? Nein, das war für uns 30 Minuten Aufnahme, aber wir überziehen jetzt, sagen wir mal so 5 bis 10 Minuten. Ja, dann werde ich immer ganz runden und dann noch eine Stunde machen, oder? Ich würde sagen 10 Minuten, weil das war schon ein bisschen die Map spielen. Also ich würde jetzt sagen, wir spielen noch 10 Minuten noch die Map, würde ich jetzt sagen. Ich würde jetzt sagen, wir spielen alle Maps, sagen wir mal kurz. Also wenn wir... Wenn wir... Wenn wir... Wenn wir... Wenn wir... Wenn wir noch 23 Minuten machen. Dann haben wir die 60 Minuten voll. Ja, das fände ich auch am besten fast. Ja, dann machen wir die Stunde voll und fertig. Also die Map ist ja mal easy, ne? Ja, die ist sehr groß. Und ein Tipp, wenn man unten im Zellblock aufwacht, wo die lachenden Irren sind, ne? Da ist ja... Gibt es lachende Irren? Oh Gott. Ja, es gibt lachende Irren. Oh Gott, weg! Ähm... Ich bin... In einem Raum. Aber... Ein kurzer Tipp, äh... Wenn man da... Aufwacht. Da gibt's nur einen Schalter und der ist ja versteckt, um rauszukommen. Ja komm, wir machen... Fässer durch. Warum bin ich in diesem Raum? Ja. Wir sind das seitdem, oder? Warum bin ich in diesem Raum? Ja, genau. Wo sind die lachenden Irren? Ich will die lachenden Irren sehen! Äh... Jack kommt zurück. Ah, das ist schon viel besser. Freddy... Schau mir was! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Mach' mal aufschau, wer ist denn da vor mir? Ach, die Map ist es! Ja, wir sind wieder zusammen, Dete! Oder? Lurie, die Map ist neu! Ich hab' aber... Ich meine, ich hab' die Irren gespielt. Die haben wir da nie, die haben wir heute gespielt. Ja, aber ich könnte ja auch noch auf dem Random Service gespielt haben, das kann auch sein. Eine Leiche liegt an der Rezeption! Tor! Hör auf, ich bin fest! Rufen Sie uns! Rufen Sie uns! Vielen Dank, äh, Herr Toter mit Ohnenbein! Ach, das Dingwerkloak! Oh Gott! Die tolle Reife! Hä, hab' ich die doch nicht... Was ist das denn? Parker, hilf's, resectiv! Wo ist jetzt der Raum mit den lachenden Irren? Ähm... Ich bin hier im Haupthaus? Gedöns? Bin hier im Hauptraum! Oh, da ist das Überwachungsterminal! Ah, ich bin hier im Hauptraum! Ich bin hier im Hauptraum! Ähm, wo soll hier so ne Leiche sein? Hab' ich gehört? Du, ich hab' nen Schneemann gehört! Hey, ich bin Schneemann! Hier ist'n Schneemann! Oh, da! Äh, Leiche, guten Tag! Begeilig, ich helfe! So, hier oben! Es ist ihm kalt! Oh! Hier, hinter dir! Es ist ihm kalt! Komm hoch! Ja, okay, sie ist ihm kalt! Ja! Hat jemand mal in der Tasse? So, und dann gehen wir hier durch! Ja! Und dann gehen wir hier lang! Ich hab' keinen Bock runterzufallen! Und dann hier! So, Leiche, äh, Schneemann jetzt kriegen wir nicht mal! So, Leiche, äh, Schneemann jetzt kriegen wir nicht mal! So, Leiche, äh, Schneemann jetzt kriegen wir nicht mal! Gut! Hier haben sie ja 10! Hier hinter den 10! Da sind sie noch da! Und... Und wie macht man Dinger auch? Ah, Jay! Gar nicht! Hä? Wie siehst du aus? Ich will keinen Schwuchtel! Wo ist eigentlich der Detektor? Im Hof! Hier ist ein Weihnachtsband! Ja! Hilf's dir! Da bringen sie die Cornflakes mit! Ich würde es mir leid schaffen! Ich freue mich ja, wie sicher diese Ehrenanstalte sind, wenn sie überall exklusive Feste rumliegen haben! Ich geb' dir nen Tipp für den Weihnachtsmann! Ja! Ja! Hilf's dir! Es gibt richtige Props! Jawohl! Hilf's dir! Ah, stopp! Gedankt! Gedankt! Hey! Na, wo wusste, glaub' ich, die zweite Strophe von Jungle Bells! Ich kenn' auch die zweite Strophe von Jungle Bells, aber die Glocken willst du nicht läuten! Ja! Ich steck' im Aufzug! Gibt's nen Aufzug? Ja! Oh, hallo! Oh, wie kriegt man den denn auf? Das wusste ich gar nicht, dass der aufgeht! Ach, den kann man... Ach, von hier! Jason! Oh! Ich hab' keine Wassertexturen! Na ja, egal! Passt, Tun! So viel Errors und so viel fehlende Textur habe ich nicht! Yes, Jason! Jetzt nicht mal! Michael! Hast du ja auch den Schrei gehört? Ja! Das war gleich skurril! Hilf's dir! Waaah! Hey! Hannibal! Fernfalle! Hey! Nein! Man kann denn so Türen aufkloppen und dann kann man da durchgehen! Detektiv! Fernfalle! Oh, wow! Ich sag' ich bin auf dem Dach! Kannst du da DNA von nehmen? Ja, ich probier'n! Mr. Detektiv? Ich probier'n! Mann! Ist ne große Leiter oder ne lange Leiter hier! Hier ist der! Nightmare Moon! Was machst du hier? Das ist keiner! Das ist keiner! Guck hier! Was hat der Detektiv macht? Ist denn hier? Oh! Oder ist das für dich so besser aus? Lang auf dem Dach oben! Ja! Der sieht nicht sehr... ...gesund aus, lieber! Die bringt's zum Däten! Wer kann denn das machen mit ihm? Hast du's bekommen? Ich hab den noch! Okay, dann sammel' ich die jetzt! Nee, die kann nicht! Däten! Ich hab'n Freund gefunden! Der braucht mich nicht! Da! Ah! Ah! Äh! Haben sie gut gemacht! Nein! Ah! Wir sind allein mit T es hier! Wieher kann denn die runtergehen noch? Was dann? Ich glaub'n dich da sollte man da nicht ran! Der gehte! Der ist tot! Ach man! Ich hab... Ich hab'n Leiche und mein Freund braucht medizinische Hilfe! Bist du noch so'n Leiche? Hab' ich dir schon greift, von hochgebracht! Alles klar! Ach man! Ich wusste es doch, dass wir mit Leuten beurten waren! Ich wusst' es doch, dass wir mit Leuten beurten waren! Druch mich! Oh Gott! Druch mich! Druch mich! Ruch mich! Ruch mich! Der Reaper kann das ja am besten, wie ich finde. Das Drucken. Ich wurde durch Nightmare Moon getötet. Weil es nicht böse Leid. Durch eine furzende, furzende halt. Eine furzende Melone. Genau. Weißt du was, bin ich drauf? Hab ich drauf geschafft? Ich bin der Misha, ey. Ich hab grad einen Flachwitz gemacht an der Wamba. Ich hab ihn nicht gehört, glaube ich. Die Ohren brechen aus! Ja. Ja. Ähm, warte. Warte. Ich wusste. Irgendjemand hat grad eine Insie auf mich geworfen. Ich hab gesagt, Achtung Insie und bleibste runter geworfen. Hups. Allah. Allah. Was ist das denn? Kann man hier durch? Die Waffe ist ja leer. Hallo. Ich hör auf. Das versteht ja eh keiner. Vorsicht, da brennen. Ist gut gemerkt. Also ich hätte jetzt gedacht, dass das voller Wasser ist. Nein. Ähm. Wie schwebt eine Leiche in der Luft? Oh Gott. Au, ich hab selbst geschossen und ich hab mich vorher erschrocken. Ja. Hier im Turm schwebt eine Leiche in der Luft. Ja. Leute. Oh oh. Irgendjemand ist gesippt worden. Gesippt? Ich hab einen gesippt worden. Ich hab einen gesippt worden. Das war ins Feuer gelaufen. Random Damage. Ach das war... Ach ja stimmt. Das ist ja Random Damage. Ja, mich hat's erwischt. Hallo Jacky. Hallo Landyfacey. 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 Was ist das denn? Landyfacey. Was? Landyfacey. Oh. Auf wen soll ich schießen? Das ist eine ganz schlimme Granate. Da werden wir beide nicht sterben. Das weißt du ne? Auf wen ich bin. Äh. Ich werde sofort Bescheid sagen. Nein. In Wirklichkeit ist das Tränengas gewesen. Du musst jetzt weinen Nightmare. Ja. Was ist das denn? Das ist ne Pistole. Hallo ich hab Random Damage abgekriegt. Dazu warst du's. Das kann ja jeder sagen. Das kann ja jeder brauchen. Das hab ich gesagt. Ah hier Jace. Jace is a Whipper. Jace is a Whipper. Jace is a Whipper. Kann ich ihnen helfen? Eine Person. Eine Person. Jace is a Whipper oder was? Schön. 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 Jeng. 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 Hey. Ich weiß nicht. Hey. Ich hab dich irgendwie irgendwo. Äh. Weiß auch nicht. Oh. Oder? Das war schon. Oder? Oh ne. was hast du da gemacht was hast du da gemacht wenn die Leiche sagt mir zuerst mal das die Leiden wo er auch gemacht wird ich habe eine gewisse bekommen was tut Wechsel auf von Rifle of Globa also das war so ich hab's sie sind aus wie ein Anabag gelockt aber auch nicht ich bin Anabag in der Welt Okay, der D-Test durch. Jason, warum hast du einen Baseballschläger? Warum, wenn die Machete weggeflogen ist. Jason, Kürbis! Jason Kürbis? Nein, ich hab keinen Kürbis. Ja, super. Ja, meine Machete ist kaputt. Alter, da bist du schlecht. Bist du gelebt, da ist schlecht, Alter. Einer ist oben. Leute, ihr wisst doch, wo der Aufwand ist. Alles klar. Hey, ich hab den Abscanner. Juhu. Ja, toll. Mach mal den Asscans. Du kannst schon mal den Asscanner von allen Toten nehmen. Kommt sowieso nur ich bei raus. Nö. Und jetzt schieße. Ja, ich hab gesniped. Sehr schön. Ich brauche unbedingt mal ein Radar. Und ich hab einen, der aus oben... Könnte doch bitte einer den Fahrstuhl nach unten rufen? Ja, das wollte ich ja gerade machen, aber ich komme nicht voll. Ja, ich... Oh, jetzt geht's. Komm schon. Ich bin auf dem Weg nach unten mit dem Fahrstuhl. Ja, der steht kurz, ne? Ja, wenn der... In dem Moment, wo der stoppt, bitte... Schießen. Ey, du gerade weggeflogen bist. Das tut mir natürlich leid. Oh, Alter. Ist der das? Eigentlich schießen. Aber lange dauert. Wart mal. Okay, war Shotgun. Ich hab grad ihm gedacht, ich hab grad mit... 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 Mit den normalen Pisten... Mit den normalen Pisten grad einen Headshot gemacht. Alter, wer pinkelt hier? Ach, das ist... So, äh... Kann ich mir leider nicht plötzlich länger in die Sonne halten. Nochmal, was bitte? Panda ist, äh... Sekundärdäte. Ja. Das hast du aber sehr... Die Schreie, ne? Wer schreit denn hier so? Ja, das klingt immer wie... Wie ich, wenn mein Essen nicht da ist. Das heißt, wenn du jetzt Tee isst, dann ist das scheiße. Ja. Mach mal mir doch vorhin aufzumachen. Äh... Ich hab... Ich hab grade mit einem Maschinengewehr auf Holzlatten geschossen. Da kam Munition bei raus. Ah, ja. Sonderbar. Herr Slenderman, wo befindet sich? Geh doch! Ja, war ein Moment. Ähm... Ach, hallo. Hallo. Ich, äh... Suchen wir mal grade was Schönes für sie raus. Wo war das denn? Ähm... Das war hier bei uns in der Nähe. Nein, schau mal. Ich kann mir nichts für sie aussuchen. Ich glaube, Leatherface könnte es gewesen sein. Versuchen Sie sich was aus, was Sie machen wollen. Herr Hannibal, warum haben Sie eine Granate geworfen? Ich mach ein Leck, ich stehe grad nur. Aha. Obwohl ich einen Sechziger-Ping hab. Hm. Und die Granate war ich übrigens. Ich stehe gerade. Freddy, was für ein Urteil haben Sie über Hannibal? So, jetzt. Hm. Bin mir nicht sicher. Oder... Wollen Sie ihn töten oder nicht? Das ist die große Preisfrage. Das ist ja hier schließlich ein Wunschkonzert. Diese Entscheidung überlasse ich Ihnen, Herr de Kette. Das ist der Weltmillionär. In Tod. Das ist die CW-Unfrage. Wow! Na Vorsicht! Weil Vorsicht ja auch so speziell ist, ne? Ich hab Vorsicht, Schlechter werden entschärft, gesagt. Wenn mir keiner zuhören, sei es schuld. Tja, das ist immer schon, ja. Vorsicht, Schlechter werden doch, mein Scherf! Hä? Naja, es ist halt meine Passion zu stalken, also geh ich mal kurz hinterher, ne? Freddy, glauben Sie jemand ist schon tot? Naja, ich hab nur hier das Ding da fotografiert. Hm. Schwere Frage. Ich glaub ich schon, ja. Das blutübersudelte Klo. Hallo, Jack. Was ist das? Kannst du mal wieder hochgehen? Ich stecke wollen. Du meinst, meins ist schon Kohle. Ich äußere mich nicht. Hab ihn! Wow! Aha, er lag. Also er lag, als er tot war. Also, dieses Ding ist super scheiße. Ja, der Face. Argelig, wie sie uns angucken. Guten Tag, Mr. Slender. Ich möchte... Jack, ist das ein Gehirn, was hier drauf gesehen ist? Ich hab drauf geschossen, aber Michael Myers hat reingeguckt. Das sieht doch aus. Keine Punkte. Äh, wer ist das denn? Ich glaub... Achtung! Wo seid ihr denn alle? Dankeschön für die rechtzeitige Warnung. Bitte. Ja. Wow! Leatherface war ein... Jemand ist gestorben. Zweimal ist jemand gestorben. Hey Detektiv, schauen Sie in Leatherface rein, ob da noch Punkte drin sind. Ja. Äh, ja zwei, aber... Ich kann... Doch, ich kann ein Radar kaufen. Und? Okay, dann denke ich, Michael Myers ist ein... Inno! Ich bin jetzt auch noch hier. Sonst nichts. Bist du sicher? Und ich glaub... Freddy auch. Ah! Wo ist Jack? Und Nightmare? Eigentlich Freddy eigentlich... Ach, Freddy ist ja hier. Freddy ist hier. Freddy ist hier und Freddy dürfte Inno sein, weil er ist angeschossen worden. Und... Nightmare? Ich bin auf dem Dach gelesen. Schau wieder. Ich bin grad auf dem Weg nach unten. Da haben wir noch Michael. Er wird betrügen. Wo ist Jack? Er wird betrügen und lügen. Jack? Was soll das gerade? Jack ist alles sonderbar. Jack? Der Jack fehlt. Da hinten ist Nightmare Moon. Michael? Warum? Oh. Keine Sorge, ich hab... Ja, das hab ich gesehen. Ich hab gedungst. Gedungst. Ja, sie haben nichts getan. Habt ihr eventuell noch ein Defi für mich übrig? Für mich? Ich bin mir nicht sicher, aber Nightmare Moon hätte das abschließen können. Wo war das? Also das war's nicht du. Das... Ne, das war irgendwo hier drin. Das war wieder der French, schrieb Dead Schwingaback. Herr Detel? Ach warte doch, natürlich hab ich einen. Freddy? Ja? Gehen sie mal. Gerade kurz. Okay. Gehen sie mal kurz mit dem Michael aus dieser Garage raus. Das tickert es schließlich abgelaufen. Kommen sie, kommen sie, kommen sie. Vorsicht. Einer betriebt. Nein, wir sind beide safe. Ich vertraue dir. Ich sorge nicht gerne. Äh, nimm mal ne Hauptwaffe in die... oder... Hä? Auch nicht. Erledigt. Ja. Nö. Uff. Ich dachte, das wäre ausgeschaltet. Äh, letzte Runde. Ah. Entschuldigung. Wirklich schon? Was war das? Ja, hallo. Wir spielen jetzt schon 53 Minuten. Wenn die letzte Runde jetzt auch so schlimm wird, dann... Joa, passt das. Vor allem, weißt du, ich laufe kof schon her. Er betrügt mich einfach. Er schießt mich. Er schießt mich. Er schießt mich. Er schießt mich auch noch mal Tagebomben. Nein. Mein Gott, ich sag jetzt auch gar nicht so richtig. Also, ich finde ich ja mit Abstand der beste Hilfsdetektiv. Ja, auf jeden Fall. Der Welt. Durchaus. Detektiv. Komm, das kriegst du irgendwann mal zurück. Ich schwör's dir. Achtung, Disco. Ich hab einen Militaten von einer Bank bekommen. Danke, Mann. Oh Gott, hier ist ein Toter. Schon? Ja. What the fuck? Ich bring den mal kurz mit. Äh, wo soll ich hin? Warte mal ganz kurz. Bitte nicht abdrücken. Au. Hier in dieser Haupthalle. Auf dem, äh, auf der... Auf der Treppe. Wie kann ich den Screenshot machen? Kann man den annehmen? Das ist ein ganz... Das ist ein ganz schlimmer. Super frisch, ne? Ja. Hi. Ah, jemand hat gerade das Merde benutzen. Ich hab grad... Ich hab grad einen Toten gerade eben, äh, also... Ehm... 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 Das ist, äh... Goldberg. Glaub ich, die ist supergeil. Echt? Aha. Das ist in der Nähe... Das ist, äh... In der Nähe von... Meiner Heimatstadt. Oder das ist sogar meine Heimatstadt. Der heißt jetzt nicht Goldberg, aber das ist ein Teil von meiner Heimatstadt. Das ist ein... Ehm... Interessant. Ehm... Hallo Hannibal. Das war ja dieser Lehrer da, ja. Ja, ja. Dark Nightmare. Ah, Jack. Nein, Nightmare. Ja, äh... Wenn die da hier alles was machen, dann guck ich mal, was hier auf dem PC ist. Aha, aha. Interessant. Was war das denn gerade? Das weiß ich jetzt auch nicht. So, übrigens, es regnet. Wenn ihr raus wollt, äh... Braucht ihr ein Regschirm. Frenz... Äh, Quatsch. Jason! Ja, so in der Art. Der war nicht gezielt! Ahaha! Da, ne, Mann! Ich hab nur Jason gehört. Dezibel auf, also top. Ah! Hannibal schießt auf den Detektiv. Wen? Ähm... Was war das denn? Hannibal hat den Detektiv umgebracht. Ich werde angeschossen, ich würde dich weiss. Ich werde angeschossen, ich würde dich weiss. Ich werde angeschossen, du weiss. Hä? Freddy ist, äh, T. Freddy ist, T. 100%. Und... Au! Au! Wo ist der denn? Der ist tot! Er schießt Freddy! Achso, Freddy ist tot. Äh, Nightmares kommt. Ach, ne, Freddy ist nicht mehr tot. Das ist ja Deadwinder. Äh, Nightmares kommt. Ach, ne, Freddy ist nicht mehr tot. Das ist ja Deadwinder. Dammelt meine Scheiße ein. Wohin? Äh, nein, danke. F**k! Ja, ich hab dieses Ding, aber... Sie sind sehr verdächtig hier hoch. Schauen Sie mal, wie Sie hier oben sind. Sehr professionell weiß. Na, komm, verpiss ich gar nicht. So sieht besoffen aus. Nutz mein Vermächtnis. Nutz mein Vermächtnis. Nutz mein Vermächtnis. Hey, es ist doch nix. Die Scheiße der Vermächtnis. Warte mal. Ich guck nochmal, ich guck nochmal. Gott, ey. Ich guck nochmal, ob ich irgendwo einen Cothaufen finde. Ah! Gönne es dir! Kann sein, dass wir schon unten angelangt sind, bevor wir überhaupt, äh, angefangen haben, oder? Es ist doch nix. Einerseits, ich habe so ein Mett-Kit. Also ein Mett-Kit, ne, versteht auch. Mett-Zwiebel-Mett-Kit. Nein, 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 nein. Mett-Kit. Mett-Kit. Nein, ich sag jetzt nicht jetzt Mett, weil ich mag Mett nicht. Jetzt ein Mett-Brötchen. Nee, nee. Mett-Zwiebel. Mett-Brötchen, ne. Du magst Deutsch, ne. Ich bin Vegetarier. Fazit. St проблема. Ah, keineсти. Nein, nein, nein. Puh, Puh, Puh. Der Treter ist hier, hat die Tür zugemacht. Ne. Du... Alles klar. Hier ist noch Nittiger. Oder wie ich salen würde. Du Vorräter, Alter. Puh! Du Vorräter. Warum möchten Sie mich retten? Aber fucking ha�! Herr Doktor, Sie müssen die Patienten behandeln. Das kann doch nicht so weiter gehen, hier. Ich tolle... Hä? Was ist das denn? singst du in der ja ist ja super ich frage nicht professionell snipe jetzt aber der elektriker war nicht so geil ein versuch ist es wert du kannst auch dafür sterben oder wo wir die hier draußen hallo check oh gottes willen ich suche jetzt der läuft irgendwo rum und wo ist er auch denn auch immer in der mei wo bist du denn dieser aufzug ist nicht der richtige diese druiden sind nicht die richtigen hast du noch als weiter dieses fenster ist nicht das richtige fenster das ist nicht das ist nicht das das ist nicht der aufzug den du suchst was das denn das ist nicht die person das ist nicht die kacke die saison die kacke ich habe sie gefunden ich habe die toilette das ist nicht die richtige schwörschiffe gewesen vandalismus ist nicht der richtige weg wann war es muss wo warst du denn hier unten im knast ich war erst im treppenhaus und dann im knast da wohin gehört ja also liebe freunde das war unsere halloween special folge an halloween ich hoffe ich gucke doch pünktlich bei allen raus und ich sage dann auf wiedersehen bis demnächst in ttt vielleicht ja was dafür ja 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 tschüss